Live mit dem Famebike von galakom.tv und Mr. Winmore auf dem Weg, hoch auf dem Hügel, Walberler in Oberfranken gehört zu Kirsch Ehrenbach. Lassen Sie sich überraschen, hier ist noch Natur, schönen Grüße von der tränkischen Mehlbeere, der etwa das andere Weg zur Fitness ist und besonders zu den guten Botschaftstaten zu Gunsten der Kinder Parkinson-Forschung, initiiert von galakom.tv. Vielen Dank.